Musik 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 Soziales Engagement ist ein Engagement für ein gutes, friedliches, an Menschenrechten orientiertes Miteinander in der Gesellschaft. Der Interkulturelle Rat bemüht sich um die Überwindung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und er versucht das vor allem dadurch, dass er Menschen auf gleicher Augenhöhe zusammenbringt, die verschiedenen kulturellen Traditionen angehören. Wir müssen etwas tun für ein besseres Miteinander von zugewanderten und einheimischen Menschen. Die entscheidende Frage für uns war, wie können wir Rassismus besser überwinden? Und deswegen haben wir Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen zusammengeholt, die Erfahrung in dem Bereich haben, um miteinander Initiativen in Gang zu setzen, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu überwinden. Die Motivation ist ein besseres Miteinander von Menschen. Es ist das Eintreten für Menschenrechte und Demokratie und auch für ein Europa, in dem der Frieden fortbesteht. Die Motivation ist ein besseres Miteinander von Menschenrechte und Demokratie und Demokratie. Die Motivation ist ein besseres Miteinander von Menschenrechte und Demokratie. Die Motivation ist ein besseres Miteinander von Menschenrechte und Demokratie.